Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Studie aus JAMA Network Open vor, von Dessin Groff und Co-Workers. Es geht um die kurz- und langfristigen postakuten Folgen einer SARS-CoV-2-Infektion. Mehr als die Hälfte der 296 Millionen Menschen, bei denen seit Beginn der Pandemie Covid-19 diagnostiziert wurde, könnte nach den Ergebnissen einer Meta-Analyse im JAMA Network Open auch sechs Monate oder länger nach der Genesung unter Residualsymptomen leiden, die als PASC, Post-Secute-Sequel of Covid-19, bezeichnet werden, besser bekannt als Long-Covid. Residualsymptome treten auch nach anderen Virusinfektionen wie etwa der Grippe auf. Nach Covid-19 scheinen sie jedoch schwerer zu sein und länger anzuhalten. In einer Meta-Analyse, deren Ergebnisse ein Team um Vernon Chinchilli vom Penn State College of Medicine in Hershey, Pennsylvania, jetzt vorstellt, litten 54% der Patienten einen Monat nach der Erkrankung unter mindestens einem Post-Acute-Sequel of Covid-19. Die Häufigkeit nahm in den Folgemonaten nicht ab. Nach zwei bis fünf Monaten klagten noch 55% und nach sechs oder mehr Monaten noch 54% oder mindestens ein PASC. Ein Ende von Long-Covid war demnach für viele Patienten auch ein halbes Jahr nach der akuten Erkrankung noch nicht in Sicht, was allerdings nicht ausschließt, dass die Zahl der Symptome abgenommen hat. Die Studie macht auch keine Aussage über die Dauer der einzelnen Symptome. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt darin, das breite Symptom-Praktum von PASC aufzuzeigen. Am häufigsten sind Allgemeinsymptome, über die mehr als die Hälfte der Patienten klagte. Dazu gehörten Müdigkeit, Fieberschmerzen oder auch ein Gewichtsverlust. Etwa ein Fünftel der Patienten, 20,2% klagte. Über eine Einschränkung der Mobilität bei 14,7% war die körperliche Ausdauer eingeschränkt. Zu den neurologischen Symptomen gehörten Konzentrationsschwierigkeiten 23,8%, Gedächtnisstörungen 18,6% und kognitive Einschränkungen 17,1%. Über Störungen des Geschmacks und Geruchssinns klagten 11% und 13%. Unter Kopfschmerzen litten 8% der Patienten. Auch psychische Störungen waren häufig. Bei jedem dritten Patienten wurde eine generalisierte Angststörung diagnostiziert 29,6%. Bei jedem vierten kam es zu Schlafstörungen 27%, bei jedem fünften zu Depressionen 20,4% und bei einem von acht zu einer posttraumatischen Belastungsstörung in 13,3% der Fälle. Auch die Störungen der Lungenfunktionen hielten häufig über das Ende der akuten Krise an. So berichteten 29,7% über eine Düstel und 13,1% über Husten. Einen erhöhten Sauerstoffbedarf hatten 65% der Patienten. Bei 62,2% der Patienten wurden anhaltende Veränderungen in der Bildgebung gefunden. Dazu gehörten pulmonale Diffusionsanomalien in 30,3%, Milchglastrübungen in 23,1% oder sogar Lungenfibrosen 7%. In der Spirometrie fielen restriktive Störungen in 10% auf. Im Herz-Kreislauf-Bereich gehörten Brustschmerzen 13,3% und Palpitationen 9,3% zu den häufigen Störungen. Einige Patienten klagten auch über dermatologische Probleme wie Haarausfall 20,8% oder Hautausschläge 2,8%. Gastrointestinale Probleme wie Erbrechen oder Durchfall waren mit insgesamt 6% eher selten. Bei der Häufigkeit ist zu bedenken, dass es sich zumeist um Patienten handelt, die schwer an Covid-19 erkrankt waren. Insgesamt 79% waren hospitalisiert. Die Patienten waren mit dem Durchschnitt 54 Jahren jedoch nicht übermäßig alt. Der Pathomechanismus ist weiter unklar. Es wird vermutet, dass dauerhafte Störungen des Immunsystems eine latente Infektion oder eine erhöhte Produktion von Autoantikörpern eine Rolle spielen. Darüber hinaus wird es für möglich gehalten, dass das SARS-CoV-2-Virus sich dauerhaft im Nervensystem festsetzt. Dies würde die häufigen Symptome des Nervensystems, wie Geschmacks- oder Wurststörungen, Gedächtnisstörungen oder verminderte Aufmerksamkeit und Konzentration erklären. Beweise für eine dauerhafte Infektion des Gehirns gibt es allerdings derzeit nicht. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie der aktuellen, frei verfügbaren Publikationen in JAMA Network.